Pass aufo bei Passivo. Ja, zugegeben, der Spruch, der ist schon sehr flach auf dem Thumbnail, der trifft allerdings das Projekt doch schon sehr stark. Weil in der Regel, du kennst es bestimmt auch, da gibt es Projekte, die werden dir gefühlt Tag für Tag um die Ohren geschlagen, weil sie ja die ultimative Lösung sind und unfassbar sind. Unfassbar sind sie in jedem Fall. Allerdings entweder meistens unfassbar gut oder halt das Gegenteil, unfassbar schlecht. Wenn dich jetzt interessiert, was Passivo jetzt genau in der Kategorie ist, ja, dann bleibe auf jeden Fall bis zum Ende vom Video dabei. Wichtig an der Stelle ist nur, und wir sagen es immer wieder dazu, wir schaffen hier faktenbasierte Analyse. Das heißt, wir reden keine Projekte schlecht, denn auf unserem Kanal findest du eben genau diese Analyse. Du findest News zur aktuellen Marktlage oder, und das ist dann wiederum das rumgedrehte, auch die faktenbasierte Analyse von Scams. Also wenn dich die Themen schon mal interessieren, dann lass uns gerne mal ein Abo da. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal Passivo an. Bis wir das jetzt aber tun, noch ein kleiner Tipp unsererseits. Es steht ein cooles Event an. Wir haben schon häufiger über das Projekt Real Estate Token gesprochen. Was das jetzt im Detail ist, hier die Verlinkung zum Projekt. Und da steht ein Event an am 18. März in Frankfurt. Und da kommt schon mal als Stargust niemand Geringeres als der Investment Punk. Es wird aber zusätzlich auch noch einen Live Presale geben und auch noch das erste Bauprojekt vorgestellt. Also das ist schon alles in allem ordentliches Brett. Daher, wie bekommst du die Tickets? Schau in die Description, da ist die Verlinkung. Und jetzt checken wir Passivo. Schon nach kurzem Blick ins Whitepaper wird klar, in bestehenden Network-Marketing-Kreisen wird Passivo einschlagen wie eine Bombe. Warum das so ist? Relativ simpel. Es ist quasi genau das gleiche in grün wie Paraiber und wird dieses ersetzen. Ja, Paraiber aus der Vergangenheit raus hat eine Menge Investoren und Affiliates über Jahre ein dickes Grinsen ins Gesicht gezaubert. Bis es halt nicht mehr so ist. Und das Thema, Paraiber, ist durch. Voll in der Versenkung verschwunden. Er steigt jetzt Passivo als metaphorischer Phönix aus der Asche und rette die Welt vor dem Verlust von passivem Einkommen. Leute, wir sind gerettet. Wer sich jetzt die Präsentation ein bisschen genauer anschaut, der wird genau eins feststellen. Neben unfassbar hohen Renditen, also wir sprechen hier von bis zu 1,4% pro Woche. Ja, wird ein Detail mal komplett wieder ausgelassen, was uns bei Paraiber auch schon stutzig gemacht hat. Leute, wo kommen die Renditen denn bitte her? Und stopp! Bevor jetzt hier sämtliche Marktschreier wild in Panik verfallen und uns, während wir schon am Berg Sinai ans Kreuz genagelt werden, noch mit Steinen beschmeißen, dass es noch schneller geht. Ja, wir haben auch den einen Satz gelesen, den ich zugegebenerweise dir jetzt wirklich vorlesen werde, weil ich kann ihn nicht auswendig wiedergeben. Die Handelsstrategie Optionsbereitstellungen zielt darauf ab, Zinsgewinne durch den Austausch von Liquidität mit Tradern über API-Schnittstellen zu erzielen. Alles klar! Also, Verzeihung an der Stelle, jetzt ist natürlich alles klar. Und übrigens, im Contest starten wir jetzt auch noch. Wenn du uns diese Anreihung von Worten logisch erklären kannst, dann bekommst du höchstpersönlich einen Gastauftritt in einem unserer Videos. Uns kommt es allerdings eher so vor, wie es eben bei Pareiba auch der Fall war, dass hier eine sinnlose Anreihung an Worten geparkt in einen Satz dann dafür helfen soll, neue Investoren zu gewinnen. Also in diesem Falle, let's go! Bratwurst, Zahnbürste, Drehmoment, Brote schmieren, Zinsgewinn. Der Rest, der deckt sich jetzt ziemlich mit Pareiba. Also es gibt Ränge, es gibt verschiedene Bonis, die du dadurch wieder erreichst, dass du möglichst viele Unteraccounts unter deinem Account erstellst und somit eine riesen Downline fekst. Ups! Haben wir da jetzt gerade zu viel verraten, wie der geheime Cheatcode ist, um eben solche Systeme aufzubauen? Ja, gut. An der Stelle sei nur erwähnt, wenn das Ganze nicht jeder nutzen würde, dann wäre es nicht so einfach zugänglich. Aber gut. Und neben eben den verschleierten Werten, wo eben diese horrenden Zinsen und Bonis und Ebenen und was auch immer herkommt und dadurch schon ziemlich zur Vorsicht geboten ist, haben wir uns jetzt mal die Arbeit gemacht und haben mal ausgerechnet, und wir reden jetzt hier davon, dass du nur investierst, was du da so an vermeidlichen Gewinnen in den einzelnen Jahren erwirtschaften können sollst. Also du siehst jetzt hier mal ganz viele Zahlen. Wichtig ist, was wir dir hier jetzt genau zeigen wollen, ist eben der Faktor, dass wir davon ausgehen, dass wir 100.000 Dollar einzahlen. Wichtig! Keine Berücksichtigung von irgendeiner Downline-Provision, die wir bekommen, sondern nur rein das Eigeninvestment. Und Herrschaften, jetzt wird es lustig. Wenn man jetzt hier mal runter geht, das sind jetzt mal die Tage gerechnet, also ihr seht, wir haben hier schon ein bisschen was gemacht und das geht dann weiter und geht weiter und jetzt wird es lustig. Bei einer Einzahlung von 100.000 Dollar werden also im ersten Jahr über 413.000 Dollar erwirtschaftet. Im zweiten Jahr sind es über oder fast 1,5 Millionen Dollar und im dritten Jahr sprechen wir von fast 4 Millionen Dollar. Alles klar! Wir hoffen an dieser Stelle, dass wir unsere Meinung zu Passivo schon jetzt gerade relativ deutlich zum Ausdruck gegeben haben. Und wenn du da Lust hast, mit uns auch weiter zu sprechen, zum einen lass uns gerne mal einen Kommentar da, was denkst du über das Projekt? und zum anderen komm auch gerne in unsere Telegram-Gruppe, da ist ja der Austausch noch mal ein bisschen einfacher, da hast du auch Zugriff auf die Community und lass uns da mal drüber weiter diskutieren. Wir sind gespannt auf deine Meinung. Bevor du aber weiterschalten möchtest, vielleicht hast du auch Bock fürs Tanken belohnt zu werden. Klingt verrückt, ist aber so. C++ Charge hat sich diesen Thema angenommen. Wie das jetzt genau ausschaut, hier die Verlinkung zum Projekt und da können wir an der Stelle dir auch das Interview ans Herz legen, was wir mit dem Founder geführt haben. Hier die Verlinkung. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao.